Kannst du dir vorstellen, im Büro zu arbeiten? Nee, ich bin Arbeiter. Mein Kopf ist nicht so leer für Studierzeug. Wie kam es denn damals mit der Studienwahl? Und warum ein einfaches BWL-Studium? Ich habe auch BWL studiert, von daher kein Vorwurf. Wie bitte? Ab 80.000 ist schon ein super Gehalt für die Berufserfahrung, die es nicht brennt. Ein Mensch ist kein Roboter, man kann Fehler machen. Ich bin Leiharbeiter, ich kann jederzeit abgemeldet werden. Wenn ich zu schnell bin, müsst ihr es sagen, gell? Aber es ist Logistik-Tempo. Der Pinguin mit seinen kleinen Füßen kann ganz schlecht gehen. Aber in dem Moment, wenn er ins Meer hineinspringt, ist er eine Top-Rakete. Was soll das Ihnen sagen und zeigen? Jeder ist einzeln. Ich stehe bis zu den Knie, den glätzenden Benzin. Der Geruch ist so toll und ich sorge mich voll. Mikrofon einschalten. Täglich drei Liter. Wo bin ich? Dann fühle ich mich fitter. Ich fühle mich als Mut mit diesem Sprit im Blut. Ich fühle mich als Mut mit diesem Sprit im Blut. Ich fühle mich als Mut mit dem Blut. Ich fühle mich als Mut mit dem Blut. Untertitelung des ZDF, 2020